Fünf Anläufe. Ja, bei mir bekommst du keine super duper Werbevideos, sondern du bekommst schlicht und einfach mich und mein Wissen. Und Orgasmic Birthwave stellt letztendlich das Wissen dar, das völlig ursprüngliche, natürliche Wissen, wie du wieder in dein Wissen kommst für eine natürliche, spontane, selbstbestimmte und schmerzfreie Geburt. Und weil nämlich diese orgasmische Energie, die jeder Mensch von uns in sich trägt, die wir aber im Lauf unseres Lebens vergessen haben, weil vielleicht erinnerst du dich, ohne diese orgasmische Energie wärst du nicht am Leben. Es hätte dich oder es würde dich nicht geben, denn diese orgasmische Energie braucht es für jede Konzeption, für jede befruchtete Eizelle. Und wie genial wäre es eigentlich, wenn wir diese Energie unser Leben lang behalten würden. Und wie wichtig ist gerade der Übergang zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt für das Baby. Wie wichtig wäre es denn da, genau zu diesem Zeitpunkt in dem vollen Besitz der orgasmischen Energie zu sein, der orgasmischen Lebensenergie zu sein, um diese deinem Baby wieder weitergeben zu können, beziehungsweise in der vollen Kraft zu sein, Justamente in diesem absolut genialen, natürlichen Ereignis. Und die Lebensenergie ist einfach der absolute Schlüssel für in das Penthouse zu kommen, in das Penthouse der Geburt. Und in dieser High Energy, in dieser hohen Energie, bist du wieder in der Lage, auf dein absolut normal natürliches Geburtswissen zurückzugreifen, weil das Wissen über eine normale, natürliche, schmerzfreie Geburt liegt in uns. Wir haben nur nicht den richtigen Schlüssel, sprich die richtige Lebensenergie, um das Penthouse aufschließen zu können. Und darum geht es bei der Orgasmic Birth Wave. Damit du den Schlüssel wieder in der Hand hast, damit du weißt, was du tun musst, damit die Geburt wirklich zu einem wahren Erlebnis wird. Ich freue mich auf dich. Ciao.